Hallo, ich bin Ellen von Unbert, ich bin eine Fotografin und mache heute bei der Aktion Los für Lesbos mit. Ich habe hier einen Print von Claudia Schiffer, den ich vor ungefähr 30 Jahren entdeckt habe und diesen Print möchte ich gerne heute in die Lösungstrommel schmeißen oder besser gesagt legen. Ich hoffe, dass mit diesem Print jemand sehr froh wird und andere ein bisschen Licht und Hoffnung bekommen. Macht mit, kauft lose und stay safe. Danke, tschüss.